Wir können hier drüben tanken. Ähm, Miranda und Jack. Ja. Does living at a higher altitude make you more intelligent? Our report may surprise you. New data commissioned by the Architectural Union has noted a correlation between cancer and intelligence and climate habitat. 25. Cell at 25. So, das war hier drüben, ne? Listen, I know the data is vital to the Kurosu. What is it? I'm in the middle of an important call. I overheard you talk. Is this the data you're looking for? The Kurosu Generational Archive. You found it! Thank you. My whole family has been worried. That data is irreplaceable. I didn't think I'd get it back from the corporate building. Warum gab es keine Backups? If this data is so important, why didn't you have Backups? We did. A rival family introduced a computer virus and our techs were sloppy. The virus destroyed all our data. I just spent a fortune getting the data recovered and reconstructed when Nassana went crazy. We live in a world of infinite data redundancy. To lose something so important because of one crazy Asari? There's your data. I hope it helps your family. You have no idea, human. I don't know who you are or how you got it, but thank you. Here, for your trouble. Blessings be upon you. You've certainly blessed us. I don't know who you are. I don't know who you have. I don't know who you are. 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 Let's see. I don't know who you are. Maybe you need to explore the office. Maybe you need to explore the office. I don't know who you are. I don't know who you are. We're not going to be able to get valuable stuff. Now, just five years later, I am free man again. Talk to an indenture check. Mr. Servant, that's the right career option for you. Remember, the only shame, that isn't doing nothing. What do you have to do is? die nicht schnell genug aufgehen. Weil ganz ehrlich, ich selbst wenn ich nur normal drauf zugehe. Da, im Eternity. Da müssen wir hin. Was ist hier los? So, Slavery is legal on Ilium? Indentured servitude lasts a set amount of time or until agreed upon conditions are met. Ilium must approve all contracts. The law limits what restraint or corrective options I can use and what tasks I can legally assign her. I'm also legally responsible for her behavior and health. Abuse is absolutely forbidden. If Slavery is legal, then why are you trying to sell the quarry? I don't keep service contracts myself. I'm a contract broker. I assumed, the synthetic insights would jump at the chance for a skilled AI tech. But they won't even make me an offer. What if I bought her myself? I could let her go and everyone would be happy. A gallant offer with three problems. First, her technical skill merits a contract of several hundred thousand credits. There's also a fee for freeing me before my service period ends. Exactly. And finally, you are clearly a traveler. Her service contract requires that she remain on Ilium. I don't want them to take me off to a mine somewhere. I'll talk to the synthetic insights rep and see what I can do. Really? Thank you. I'd appreciate that. Oh, it's good for somebody who respects you. Can I help you with something? How would you like to get your hands on an expert quarry and AI programmer? If you'd like to submit a resume, I... Wait. Is this that slave? Synthetic insights has no interest in purchasing slave labor. We're under enough scrutiny from the Citadel without engaging in practices the Council disapproves of. To be frank, we're hardly hiring anyone. The geth attack on the Citadel didn't engender much love for artificial intelligence. It sounds like synthetic insights is worried about its reputation. Hiring this quarry would help. Buying a slave helps our reputation. How exactly do you figure? Purchase the contract, minus the fee for early emancipation, then free the quarry and garnish wages for reimbursement. Interesting. We look good for hiring a quarry and we can say that we freed slaves out of the goodness of our hearts. All right. I'll run up a contract. The board might wet its pants, but we could use the good publicity. This quarry had better be good, though. So geht's doch auch. Synthetic insights just sent over the contract. I cannot thank you enough. I'm happy to help. Here, for your trouble. Now, if you'll excuse me, I'll get this service contract transferred. Thank you. I'll stay out of trouble this time. Ms. Lawson, I'm glad you've made it. We've had a complication. What happened? Is Ariana all right? She's fine. But you listed a man named Niket as your trusted source. He contacted me, warning that your father has sent Eclipse Mercenaries to make a sweep. He suggested that the Mercs might be watching for you personally. He's offered to escort Rianna's family to the terminal instead. Wer ist Niket? He didn't mention anything about Niket. He's a friend. He and I go back a long way. Do you want to bring in any of your other Ilium contacts, Ms. Lawson? No. You and Niket are the only two I trust on this. It's your sister, Miranda. What do you want to do? Mantea, we'll follow Niket's suggestion. Shepard and I will take the car and draw their attention. Have Niket escort the family to the shuttle. Give him full access to the family's itinerary, just to be safe. Understood, Ms. Lawson. So the plan is for us to get shot down by Eclipse while your sister gets to safety? Eclipse will be under orders to take my sister alive. They won't risk anything that could kill us. I'm ready whenever you are, Miranda. Thank you, Shepard. I appreciate this. I hadn't planned on Eclipse, but they never planned on you. Dammit! Eclipse mercenary gunships. They'll be dropping troops in the cargo areas. Put us down in that cover behind them. Let's hope they really do want to take us alive. Hold fire! I said hold fire, dammit! I got this. Since you're not firing yet, I trust you know who I am. Yeah, they said you'd be in the car. You're the bitch that kidnapped our boss's little girl. Kidnapped? This doesn't involve you. I suggest you take your men and go. Think you've got it all lined up, huh? Captain Inyala's already moving in on the kid. She knows about Niket. He won't be helping you. I'm giving you one chance to leave. That's more than most get. Captain Inyala ordered us to give you one chance to walk away. This whole time we've been talking, my men have been lining up shots. When I say the word, we unleash hell on your squad. So I suggest you walk away nicely, unless you want things to... Wir sind gerade während der Zwischensequenz unsichtbar geworden. Ich meine, ich wusste, dass es diesen Bug gibt, aber ich habe den, glaube ich, noch nie selber erlebt. Ich meine, jetzt stellt der mein Stürmerangriff das komplett wieder her und verlangsamt noch die Zeit. Ich meine, jetzt stellt der mein Stürmerangriff das komplett wieder her und verlangsamt noch die Zeit. Come on, we need to get to Niket. Come on, we need to get to Niket. Shepard, ich glaube, ich habe dir eine Erklärung. Ariana ist meine Stürmerin, genetisch. Aber mein Vater hat sie gestern, als ich ein Teenager war. Sie war geplant, mich zu vermitteln. Ich konnte nicht meinen Vater ihr zu tun, was er mir getan hat. Also habe ich sie geschlossert. Sie ist jetzt fast eine Frau. Was war das gerade bitte für ein Sprung? Erst wenn sie das Funkgerät hacken und dann... Ja, übrigens, ich habe da was vergessen zu erwähnen. Wenn Eclipse weiß, wo Oriana ist, werden sie bald in die Richtung gehen. Wir müssen hurry. Entstanden. Ich bin ein bisschen schade, was die Mercs gesagt haben. Wenn sie zu Niket haben, wird das etwas schwerer, als ich es erwähnt habe. According zu den Speckenen, die ich ausprobiert habe, werden wir durch den Kärgoprocessingjahr zu kommen, um zu Oriana zu kommen. Ich hoffe, dass deine Freundin sich vertraut wird. Absolut. Niket ist ein meiner größten Freundinnen. Ich glaube, er könnte sagen, er war mein einzig Freund. Er ist die einzige Person, die ich nicht mitgekriegte, als ich mit meinem Vater verlassen habe. Ist es eine Chance, dass dein Vater ein Vater verwendet wird, um Niket, zu kommen? Ich bin sicher, dass er versucht hat, aber Niket ist eine der wenigen Menschen, die versteht, was mein Vater ist wirklich. Ich vertraue ihn mit meinem Leben, als ich von meinem Vater schäpft habe. Er wird mir nicht verraten. Let's go find Niket in Oriana. Right. They're on the far side of the conveyor line. Time your shots. I see them! They're on the far side of the conveyor line. Wir können ja auch einfach rüber, ne? Ja! Genau auf die andere Seite geschleuert. Keep the bitch back! The cat is nearing the transport terminal. I'll take it. Protect technology! Cardinal imm Devil! intéressants auf der Gewinschiffrex. Angellt sie auf all? Nichts auf das Ding. Wenn ein Verwort ist drauf! ...weg von myst角- Ach ja, immer diese Leute, die sich hinter explosiven Containern verstecken. Ähm, da, da, und da. Wo müssen wir jetzt lang? Und da, da, und da, und da. Das war's. Ah, die haben gerade eine bessere Position. Ich brauche Munition. Ich bringe dir nichts, ich bin auf der anderen Seite. Und sie ist schützend, dass Nekhet ein Verwanderung macht. Oder vielleicht bedeutet es etwas anderes. Nekhet nicht so machen. Verdammt, warum wird das Ding noch schneller gehen? Wir wissen nichts bis wir finden Nekhet. Und dann habe ich ein Wort mit diesem Kapitän und Yala. Ich habe eine Verwanderung für ihre Beobachtung. Entschuldigung, ich habe eine Verwanderung für ihre Beobachtung. Entschuldigung, Herr. Wir sind in der Beobachtung der Beobachtung. Bis die Situation in der Cargo-Terminale ist geschlossen, keine Fahrzeuge werden können. Das ist nicht wert, Nekhet, Nekhet. Ich verabschiede, egal wie die Frau kommt. Nein, ich habe gesagt, dass ich das mit meiner Weise behandeln. Wir werden nicht die Familie traumatisieren, als wir... Nekhet. Das sollte Spaß machen. Nekhet. Das sollte Spaß machen. Wie willst du das, Miranda? Warum, Nekhet? Du war mein Freund. Du hast mir geholfen, von meinem Vater geholfen. Ja. Weil du geholfen hast. Das war deine Wahl. Aber wenn ich wusste, dass du ein Baby hast... Ich habe sie nicht. Ich habe sie geschehen. Von einem Leben von Wealth und Glückwunsch? Du hast nicht sie nicht. Du hast sie zurückgezogen. Du hast dein Vater geholfen. Whether oder nicht du mit Miranda agreest, Oriana hat sie mit ihrer Familie schon seit Jahren. Ihr Vater kann sie immer noch eine bessere Leben geben. Du wirst nicht wissen, was mein Vater will für sie. Ich weiß, dass ich schlecht bin, Miri. Ich habe es nicht viel geholfen. Er will eine Frau weg von der einzige Familie, die sie schon kennen. Ich glaube nicht, dass wir das friedlich lösen können. Ich glaube nicht, dass wir das friedlich lösen können. Wenn Nekhet über Oriana kennt, dann hat er auch dein Vater. Erlösung sie nicht. Erlösung sie nicht. Morandas Vater hat keine Informationen über Oriana. Ich wusste, dass du Spieprogramme in deinem Vater System hatten, Miri. Also habe ich es privat gehalten. Ich bin der einzige, der es weiß. Das bedeutet, dass du der einzige verletzte Ende bist. Das ist nicht wie ich es wollte, Nekhet. Miranda, warte. Du willst nicht das machen. Das muss hier enden, Shepard. Mein Vater wird immer versuchen zu finden, Oriana. Vielleicht Nekhet kann helfen. Talk to dein Vater. Just sagen, du hast hier zuerst. Ich erzähle ihn, dass du sie hat. Ich weiß nicht, wo sie ist. Ich will dich nie wieder sehen, Nekhet. Done. Jetzt, wenn du nicht bemerkst, ich habe ein Schuss, um zu deliveren. Du wirst sterben für das, B***h! Auf unsere Augen! Miranda ist angepisst. Da sieht man mal, wie heftig ihre biotischen Kräfte sein können. Dich, ich habe einen Schuss mitgekriegt. Und in der Sache mitgekriegt er Friday.